Hallo ihr Lieben und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Garden Witch Live. Ja, hier ist irgendwie heute total die Musik und alles ist schön und... Bienen? Warum kommen die Bienen im Frühling immer zurück? Ja, das ist mir auch aufgefallen auf meiner Farm. Da schwirren heute die Bienen rum. Wie verrückt. Irre. Ja, ich verstehe es wirklich nicht. Es muss so viele aufregende Orte da draußen geben. Okay, ich habe ein Geschenk für dich. Ein Teechen haben wir nämlich noch. Doch, das muss ich gern geschehen. So, was wir natürlich beim letzten Mal nicht gemacht haben, ist hier zu schauen, ob wir hier noch irgendwo reinkommen bei unserer lieben May. Wir können sie ja mal ansprechen. Vielleicht hat sie ja... Hat sie... Ne, hat sie nicht. Da sind Kräuterchen drin. Da waren die da schon die ganze Zeit. Und Geschirr und ein Waschbecken? Hä? Was geht denn hier ab? May, was ist bei dir hier passiert? Kumpir. Backofen. Der Backofen. Den habe ich ja mal völlig ignoriert in der letzten Zeit. Räucherkäse. Stimmt. Räucherkäse. Mohnbrötchen. Bratapfel. Mh. Ja, das ist doch mal ein Ding. Da müssen wir noch mal ein paar Äpfelchen mitnehmen. Ach nee, wir haben keinen Ahornsirup. Mh, ja. May, warte mal. Ich muss mal gucken, ob ich bei dir jetzt doch noch mal irgendwas anderes kaufen kann. Sowas wie Ahornsirup. Rosinenschnecke. Nö. Okay. Also es sieht ja anders aus. Sehr cool. Hier habe ich auch schon lange nichts mitgenommen. Aber nun gut. Kann man ja mal machen, wenn man hier gerade unterwegs ist. So, dann würde ich sagen. Ach so, ja. Die Truhe. Also hier konnten wir ja, glaube ich, damals schon rein. Bärenbildschirm, hölzernes Keyboard. Bildschirm. Okay. So, das ist ja hier nur Deko und ein Fenster. So. Oh, schön. So, jetzt kommen wir nämlich... Oh, beiger Teppich, Rosenvorhänge, Rosinenschnecke. Rosenvorhänge. Oh, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Vielen Dank. Okay. Das hat mir irgendwie mein Google geantwortet. Warum auch immer. So ist das halt so. Eine Rosinenschnecke kann ich jetzt selber machen. Ja, dann habe ich ja mal eine Verwendung für meine ganzen Rosinen. Aber überall brauche ich Ahornsirup. Habe ich... Muss dich doch nicht so erschrecken vor mir. Habe ich eigentlich mal einen Ahornbaum gepflanzt? Ich weiß es tatsächlich nicht so wirklich. Okay. Bienen. Die Reise der Bienen ist wirklich ein Naturwunder. Auf meinen Reisen habe ich sie gesehen, aber bis jetzt hatte ich keine Ahnung, wohin sie gehen. Vielleicht geht es nicht um das Ziel, sondern um die Reise. Ja, das ist möglich. Was wollte ich denn? Auf jeden Fall Gras Samen. Mal wieder sehr viele. Ich weiß gar nicht mehr, was ich bei ihm jetzt hier wollte. Ach so, der Ahorn. Ja, gut, ne? Und Äpfel. Wollte ich gleich nochmal welche mitnehmen. Ich glaube, ich habe noch welche, aber gut, ne? Ja, da müsste ich ja bei den Bienen hier jetzt mal unsere kleine süße Maus hier ansprechen. Hi! Bienen! Ich liebe diese Zeit des Jahres. Jetzt, wo die Bienen zurückkehren, hat der Frühling wirklich begonnen. Hast du so etwas schon einmal gesehen? Das ist so schön. Aber um ehrlich zu sein, bin ich froh, dass meine Bienen im Winter hier bleiben. Ohne sie würde ich mich ziemlich einsam fühlen. So, was wir glaube ich auch... Oh, also bei ihr kommen wir nicht rein, obwohl wir den Ruf voll haben. Okay. Kommen wir an anderer Stelle irgendwie rein? Ne, ne, ne. Hier ist ja nur das, äh, ja. Okay. Warum nicht? Sollten wir vielleicht mal bei der Ärztin nach den Bienen fragen? Guckt euch das an. Voll die Bienen hier, voll schön. Und deswegen ist auch die Musik so, ne? So. Ich habe zwar keine Suppe für dich, aber ich möchte trotzdem gerne mal mit dir reden. Ach so, guck mal. Äh. Ach so, was passiert eigentlich, wenn man... Hallo? Ach so, ne, das ist ja dieses Geforsel. Was ist hier los? Tschüss. Nichts. Die möchten nicht mit mir über Bienen reden. Ah, wundervoll. Ich finde die Musik auch wirklich, wirklich schön. Das gefällt mir richtig gut. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob Lyra mit uns noch über Bienen reden möchte. Nö. Offensichtlich nicht. Hat sich auch nichts geändert. Schade. So, ich würde sagen, jetzt... Hier kommt man natürlich auch nicht rein, weil zu, ne? Was ist mit dir? Redest du über Bienen? Ja. Oho, dieses ist die Jahreszeit des Glücks. Die Sterne haben es vorhergesagt und jetzt sind sie da. Der Himmel ist voller goldener Funken. Wie Tausende. Nein, Millionen von Guldmünzen, die direkt in meine Taschen fliegen. Oh, äh, ich meine, in unsere Taschen. Teilen ist wichtig. Deine Taschen sind meine Taschen. Na, ich glaube nicht. Kannst du es hören? Das geschäftige Summen, das ist der Klang von Reichtum. Oho. Bitte? Was hat er denn? Hm. Hm. Ei, 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 ei. Also er ist schon ein bisschen sehr komisch, oder? So, was habe ich hier gepflanzt? Ein Kirschbaum. Was bist du hier hinten? Ein Orangenbaum nochmal. Nee, ich habe keinen Ahorn gepflanzt. Das ist nicht so schön, wenn ich das mal sagen darf. Dann werden wir das wohl mal ändern. Es ist halt nur die Frage, wohin? Wir müssten uns... Achso, warte mal. Auf der anderen Seite ist es ja jetzt bei mir auch schön grün. Hier können wir noch nichts machen. Guck mal, hier ist es auf einmal ergrünt. Warum auch immer. So, hier können wir einen Ahorn hinsetzen. Dann würde ich hier einen Ahorn hinsetzen. Und dann würde ich mal schauen... Ah, hier darf ich wieder nicht. Ich weiß nicht, warum. Ich bin mal gespannt, was da irgendwann mal kommt. Okay. Achso, ich habe ja noch Ahornbäume. Sehe ich gerade. Was machen wir denn da? Weißt du was? Dann pflanzen wir hier hinten, wenn ich darf. Ah, hier darf ich auch schon wieder nicht mehr pflanzen. Aber hier darf ich einen hinsetzen. Und dann habe ich ja noch einen. Das soll hier so nicht sein. Wollen wir vielleicht hier noch so einen Baum hier hinsetzen? Ja. Das ist, glaube ich, gut. Dann benötigen wir wieder Gras sammeln. So. Dann würde ich sagen, auf, hier geht's. Hä? Warum? So nah am Wasser darf ich offensichtlich nicht, wa? So, dann laufen wir hier wieder zurück. Ich mache das jetzt echt mal unkompliziert. Ähm. Wenn wir das Thema denn endlich irgendwann mal durch haben, dann werden wir mit dem Gras natürlich noch mal weitermachen. Das versteht sich ja von selbst. Ähm. Aber dann werden wir natürlich auch mehr Deko-Zwecke haben beim Gras, ne? Das ist, denke ich, auch klar. So, wie sieht's denn eigentlich hier bei den Sonnenblumen aus? Oh, das dauert noch. So, eine Karob-Schote. Wir müssen hier aber mal ernten. So. Tulpensamen. Die können wir natürlich auch gleich noch mal setzen. So. Und dann vielleicht hier noch ein bisschen dazwischen, ne? Oh, ist schon wieder 18 Uhr fast. Ja, das ist ja cool. Komposter. Können wir... Also, da habe ich jetzt mal die Tomaten und die Rosen reingemacht vom heutigen Tag. Na? Ich denke, das ist ganz in Ordnung. Und dann würde ich hier nochmal die Dillblätter sammeln. Ja, und dann sind wir schon wieder durch für den heutigen Tag. Wunderbar. Kochen kann ich jetzt nicht, weil mir ja noch diese Blüten fehlen. Da würde ich sagen, gehen wir jetzt einfach mal ins Haierbettchen. Und dann, dass wir hier ein bisschen den nächsten Tag erwischen, ne? Nein. Escape. Ich hoffe ja mal, dass wir jetzt mit den Löwenzahnblüten... Oh, es ist immer noch diese schöne Musik. Das ist ja wundervoll. Hallo, Schnecki. Ich habe die mal benormst, ne? So, hier können wir nichts machen. Hier können wir zwei ernten. Ja, da fehlt uns noch eine Löwenzahnblüte. Oh nein. Da ist sie. Jetzt. Tada! Jetzt geht's auf zur Lyra. Halleluja. Das hat ja jetzt gedauert, wa? Quasi ein ganzes Jahr. Also fast, ne? So. Gott sei Dank. Endlich mal hier ein Schrittchen weiter, ne? Sehr, sehr cool. So. Hallo. Oh, ich... Nö, habe ich nicht. Ich brauche eine Rosenblüte, fünf Stöcke und ein Feentau. Ach, der hat mir nur noch das an... Ja. Rose, Stöcke, Tau. Okay, kriegen wir hin. Oh nee, jetzt sind bestimmt keine Rosen erntereif. Stöcke, Tau. Oh nee, bitte. Jetzt, wo ich die Rosen mal einen Komposter hier hauen habe. Also alle. Ah, nee. Bitte, bitte, bitte. Keine... Doch, 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 da. Rose. Hier müssen wir mal zwischendurch ernten, dass das gleich wieder weiter wachsen kann. Stöcke sind hier nicht drin. Stöcke. Ach, wir nehmen einfach so einen Satz mit hier. Und dieser Tau. Wo habe ich den hin? Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich davon welchen habe. Fünf, ne? Wenn ich den hole, mal schnell welchen. Da haben wir ihn doch. Und nochmal zur Lyra. Apropos, wie sieht es hier aus? Immer noch nicht. Die brauchen noch mehr Tage. Die ist morgen fertig. Naja, das sieht doch schon gut aus. Schön. Habe ich erst mal die Hälfte vergessen hier, ne? Auch nicht schlecht. Das ist eigentlich schade. Dieses fröhliche Bienengedingser ist doch mal ganz nett gewesen. So, jetzt aber. Ja, ich habe alle Zutaten für den Schutzzauber. Fantastisch. Jetzt müssen wir nur noch die Schritte in diesem Buch befolgen. Warte, du hast also das noch nie gemacht? Nun ja, nicht direkt. Ich habe theoretische Magie studiert. Ich bin vor allem daran interessiert, Wissen zu erwerben, nicht es zu nutzen. Aber keine Sorge, die Anweisungen in diesem Buch sind sehr klar und einfach zu befolgen. Braucht man dafür sowas nicht jahrelange Übungen? Nur diejenigen, die den Wert des Wortes nicht kennen. Bücher sind mächtig. Wenn du genau hinschaust, zeigen sie dir all die Wege, die du gehen kannst. Du musst nur das auswählen, das sich für dich richtig anfühlt und es so gut wie möglich befolgen. Also gut, ich glaube an dich. Geh voran. Also schauen wir mal. Zuerst müssen wir folgendes tun und dann das. Dann ein bisschen... War das Teil des Plans? Nun ja, nicht direkt. Sieht so aus, als könnten Bücher doch nicht alles vorhersagen. Aber hey, es hat funktioniert. Es leuchtet genau wie auf der Illustration. Lass uns auf meinen Tresen testen. Bitte benutze eine Spitzhacke dafür. Dann werden wir wissen, ob es funktioniert hat. Bist du sicher? Ich will dein Inventar nicht beschädigen. Oh, das ist okay. Okay, ich vertraue auf unsere Arbeit. Und wenn etwas schief geht, ist das eine gute Erinnerung daran, dass man immer noch dazulernen kann. Okay, dann mal los. Ich soll... Es hat funktioniert. Bin ich nicht die Leserin, sondern die Autorin? So sicher, wie die Sonne im Morgengrauen aufgeht. Oh, okay. Nachdem der uralte Baum des Wissens mit einem Schutztauber belegt wurde, machen sich die Helden auf, um die Kristallplage mit ihrem mächtigen Stab der Macht zu bekämpfen. Ja, Vorsicht, der Held ist auf dem Weg. Wünsch ihm Glück, allmächtige Autorin. Glück? Allmächtig? Hm, wir können diese Geschichte ein bisschen aufpeppen, indem wir eine Prise Zufall in die Ereignisse einbauen. Ja, klingt gut. Ich werde darüber nachdenken. Aber jetzt erstmal viel Glück, mein Held. Entferne die Kristalle von den Wurzeln. Okay. Dann gehen wir mal wieder runter. Da waren wir ja ewig nicht. Tümdüdü. Tümdü. So. Da bin ich ja jetzt mal gespannt, ob das so funktioniert, ne? Kissen Drehwurm, wenn du hier runterläufst. So, Kristalle entfernen. Ja. Okay. Also das funktioniert schon mal. Äh, hier war nichts weiter. So. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, hier war noch eine Kiste. Bilkenwasser. Ja, da können wir Zucker draus machen, nicht? Gut. Dann laufen wir wieder hoch. Ach ja. Ich mag die Musik. Ich mag die Musik. Und Bibliothek besuchen. Oh, hallo. Äh, es ist vollbracht. Die Kristallplage ist besiegt. Wir sind die Kristallplage los. Hervorragend. Hervorragend. Mein lieber Held. Du hast gut gekämpft. Aber jeder Kampf fordert sein Tribut. Jetzt, wo die Kristallplage nur noch Geschichte ist, müssen wir die Wunden der Opfer heilen. Wir müssen eine starke Heilsäbe zusammenbrauen. Ich werde meine Pflicht tun, aber ich brauche Führung. Baumwundheilpaste. Okay. Und Führung sollst du erhalten. Ich bin auf dem Weg. Gute Frau, der Baum des Wissens ist in guten Händen. Ich erwarte deine Rückkehr mit einem hoffnungsvollen Herzen. Äh, mit Hoffnungsvollen. Ja, ähm. Im Kessel soll ich was, ne? Unzugänglich. Ja. Mhm. Ah, ja. Ja. Okay. Nein. Ja. Das hätte ja klappen können mit dem Bienenbuch. So, jetzt bin ich mal gespannt, was wir für diese Passe brauchen. Ja, kann ja heiter werden. Hm? Ei, ei, ei. Beschneidungspaste im Kessel. Okay. Das hört sich irgendwie verboten an. Aber wir denken da jetzt nicht weiter drüber nach. Sehr schön hier, ne? Ach, es gefällt mir. So, im Kessel. So, nein. Eine Passe hier unten. Stein, uralter Kristallsplitt auf Wasserfahren. Da ist wieder das Ding mit diesem Wasserfahren, wo ich immer noch nicht weiß, wo ich den herkriege. Oh, ich war ursprünglich mal der Meinung, dass das bei mir am Bach auch gewachsen ist. Aber irgendwie... Aber irgendwie... Na ja, wir werden es herausfinden. Okay, also können wir diese Quest noch nicht abschließen, solange wir keinen Wasserfahren haben. Schade, schade, schade. Okay, dann würde ich sagen, sind wir aber auch für die heutige Folge fertig. Ich würde sagen, ich werkle hier noch so ein bisschen vor mich rum und dann sehen wir uns, wenn ihr denn mögt, in der nächsten Folge wieder. Also, bis dahin. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.